hallo leute und willkommen zu einem weiteren part minecraft endergames mit mir und dem torben das richtig und leute ihr seht schon ich habe einfach 32.900 coins zum blenden auf platz 21.000 heißt ich habe mich um 10.000 plätze verbessert und ja fast 30.000 coins mehr seit der letzten aufnahme oder hatte ich da 17 ich habe keine ahnung auf jeden fall steht der torben in flammen weil er so hot ist nicht mehr richtig das wollte ich gerade sagen man ja auf jeden fall leute ich kaufe mir jetzt erst mal noch kein kit weil ich wieder am fort produzieren wir sind jetzt ganz kurz vor vernachten also morgen noch ein tag nee nee das verstehst du ich habe fünf leder und ich habe zwei dias da ist noch ein zielsucher ich mag zielsucher nicht außer ich bin selbst einer dann mag ich mich was bist du techniker ja was mir gerade so auffällt ich bin ja gar kein zielsucher denn ich bin auch techniker äh nick techniker man kann nicht mehr nigger schreiben das ist ganz schön traurig warum man diskriminiert hier die weißen hallo wenn die weißen nicht mehr die schwarzen beleidigen kann hallo richtig das ist ja das ist so weiter die schwarzen dürfen noch die weißen leiden ich weiß nicht mehr die ich weiß nicht mehr die ich weiß nicht mehr wenn die zu uns nein dieser schwarze mohr ist scheiße ok jo jo mai ich mein ich hab doch kein problem warum sieht zucker auf einmal anders aus das ist auf einmal so grün rot anstatt weiß rot es ist ja auch noch nicht weihnachten ich meinte ja gerade weihnachten ja richtig aber es ist ja auch noch nicht weihnachten deswegen darf ich das ja drin haben ja also es ist ja noch nicht weihnachten vorbei so meinte ich das so in meinem wahn direkt über mir stand einfach einer der mich nicht bemerkt hat das ist ja das ist ja du das ist ja wahnsinn ja der war ein bisschen wahnsinnig sonst hätte mich niemals versucht noch anzugreifen tja das ist ja ist ja wahnsinn du ich bin ein traum jo jo liebe leute also hier ist aber ein dreierteam von Hurensöhnen na 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 traurin so was möchte ich hier nicht hören in meinen Aufnahmen oh jetzt hat der eine den eiskalt von hinten getötet weil der ein Zielsucher ist und ein Opfer ist da waren die doch kein team doch die standen die standen alle voreinander und keiner hat jemanden geschlagen und jetzt kommt der Torb von hinten naja gut oh nein der wurde geportet holy shit und ich hatte nur noch ich ich hatte nur richtig das ist ein Zielsucher ja Tobi vielleicht hat der richtig Dauern ja der hat wenig Leben holy shit dieses scheiß File Spell mit den Händen ne oh ne das war ein anderer hoopala sorry lieber zuerst oh danke echt ey oh ich hab den gekriegt ok ja ich track dich leider holy shit das war spannend alter crafting table oh nein boah alter diese Turmbauer ne man hört einfach nur die ganze Zeit Torben schreien das finde ich jünger ja wohl ne witz ich werde auch die ganze Zeit gefordert mich auch ich muss merken crafting table macht den anderen bauen ja herzlichen Glückwunsch ich kann mir gar nichts craften oh mein Torben eine Runde bleibt bei denen in den Kommentaren doch jetzt kann ich mir jetzt kann ich mir was craften es waren ne ich glaub ich spare noch ja ich spare noch möchtest du mir beraten worauf? ja auf ne Diabosplatte übertreibt ich hab noch nicht mal full iron äh er schwebt einfach im Wasser an der Oberfläche ich glaube er hat ein wenig geleckt so aber er war auf jeden Fall der Turmbauer interessant Tom ich track dich trackst du mich auch ja tu ich äh jetzt wurde ich aber getauscht oh ja ich merke schon das heißt du hast die Möglichkeit jemand ganz Neues zu tracken ja ich track nicht ist das nicht Wahnsinn Auktion Auktion äh Auktion wieso haben die heutzutage alle Pfeiler scheiße ich checke den Käsebrot und ich habe ein Problem miau ach da ist der Käsebrot hallo Tobi hallo Tobi hallo Tobi hallo Tobi ich tue dir nichts ich möchte nicht ja tauch mal weg tauch mal weg hä oh 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 das wird h h h h h h Benna, geh weg! Meine Sachen! Nein, lass. Ich hab ein halbes Herz. Oh, ich wurde getauscht. Oh, da kommt der früh, Tobi. Ich seh den nämlich nicht. Ach, da ist er. Fuck, der hat auch ne Diabrus-Platte. Ich wusste nicht, dass ich Milch hab, Leute. Das tut mir leid. Mir tut's eigentlich schon ziemlich leid, dass ich dir den Kill gesnacht hab, Tobi. Aber da du eh viel mehr Coins hast, hoffe ich. Das ist dann kein Problem. Hä? Er rennt einfach an mir vorbei. Was ist denn los mit ihm? Ja, den hab ich nicht gekriegt. Schade. Tobi, es läuft hier noch einer. Der Letzte hat auch ne Diabrus-Platte. Also töte den mal, dann hast du auch ne Diabrus-Platte. Ich hab nur 3,5 Leben. Ist ja natürlich nicht so praktisch. Was auch nicht so praktisch ist. Ähm, das hast du schon sehr gut erkannt. Ich werde es so sagen. Aber der ist direkt bei mir. Oh, hier ist direkt ne Kiste vor meinem Kopf gespawnt. Kann man so sagen. Ich träg dich nicht. Äh, ich wurde mit dir getauscht. Das ist ja. Hast du die Kiste ja schon? Äh, da ist einer mit ner Diab. Äh, lustig. Guck, was für gerne Schuhe ich hab, ne? Hey Tom, komm mal her, komm mal her. Ich kann dir bessere Schuhe besorgen. Äh, wollte ich jetzt grad machen mir. Hier, bessere Schuhe. Hier, besser. 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 Ich hab doch. Die sind nicht besser. Boah! Äh, uuuhuhuhuhuhu. Äh, Alter. Du bist lustig. Echt ganz dolle. Ach, ich kann doch schon lange verzaubern! Nein! Diese Inkompetenz. Er hat mich jetzt angezündet. Ich lauf dir einfach mal so hinterher, ne? Wenn ich getauscht werde, dann... ...bist du jetzt halt tot. Oh! Ich wurde mit irgendeinem getauscht. Tobi! Dreh dich um! Hilf mir! Hilfe! Ich kann nicht. Bei mir leckt es. Ah! Stopp! Ich glaub, der ist in die Schlucht gefallen. Ja, die Frage ist nur wo. Ah, warte, ich track ihn. Lass ihn. Lass ihn mir! Äh! Lass ihn dir. Ich bin ja ein großzügiger Bursche, ne? Mhm. Ich weiß, was Anstand ist. Sag mal bitte, wenn du getauscht wirst, dass wir jetzt äußerst sind. Tobi, wir sind die Letzten. Oh. Ja, warte, ich würde mal hier eben hochkommen. Wollte ich nur mal kurz anmerken, so. Nein! Oh doch. So. Okay. Okay, wenn du ready bist, bin ich ready. Äh, ja, zwei Sekunden. Warte kurz. Ich muss, äh... Ja, zwei Sekunden haben wir nicht. Mal den Ventor sortieren. Ja, aber dann bist du jetzt fertig. Ich hab mir in Minecraft gecraftet, ernsthaft. Ich hab mir noch eins gecraftet, ernsthaft. Leute, das wäre übrigens keine Absicht. Ich bin dafür nur dumm. Das war Absicht, um so richtig cool zu sein. Ja, ich besiege dich auch... Wollte gerade einen... Oh, hier ist noch ein dir. Oh, so. Okay, lass kämpfen. Warte ein Glück. Ja, warte. Okay, dann können wir los, Degen. Äh, wo bist du? Ah, da. Ja, okay, dann los. Oder? Ja, ja, komm. Komm mir los. Ja, ich hab da irgendwie richtig übertriebenen Goldöpfel und so. Ey, renn nicht weg, Torben. Nö. Ne, mach ich. Mach ich nicht. Ich töte nur ein paar Tierchen, weil ich hab nicht so viel Food. Du willst einen Charm? Ja. Ja. Nein, ich brauch nicht einen Charm. Aber ich hab kein Food. Und hier sind Schweinchen. Ah! Ey, stopp! Wie du einfach wieder an der Grenzenloch. Leute, was ist mit dir los? Ja, ich brauch doch Tierchen. Ah! Aha! Nein, Tobi! Regeneration! Aha! Golderfüll! Leute, ich mach dir jetzt ernsthaft, du Versailles kurz. Aha! Ah! Ah nein, hör auf! Hä? Mein... Ah! Ich wollt grad sagen, Alter, wie beendet bin ich? Ah! Ah! Ah nein, wie lange soll das anhalten? Wieder Schmerz! Ah nein! Ach komm, du bist eh Hai. Nein, niemals! Ich bin echt kein Hai! Und tschüss. Dann komm an Land. Ich kenn's noch nicht. Ähm... Wer soll man unentschieden machen, Tobi? Haha! Nun glaubt ein Torben, ne? Bin ich schon ziemlich gerecht. Hab ich dein Plan durchschaut. Ja, ich crafte mir ja nochmal ein paar Diasachen, weil unter Wasser hab ich ja Unterwasseratmung. So, Diaschuhe sind auch schon mal nicht still. So, Leute, seh dir schon, ey! Tobi hat den Torben einfach so durchschaut. Aua! Ja, richtig krasser Typ, ne? Wenn man immer ins Wasser springt, und ganz unauffällig ohnehin schreit. Aber wieso hast du dir Regeneration reingezogen? Das hab ich jetzt nicht verstanden. Ja, und damit ich es so tue, wenn du die Blasen siehst, höre ich ja gar nicht heu. Ja, aber die Blasen vermischen sich ja mit Schnelligkeit und so, deswegen waren die pink. Dadurch habe ich das dann erkannt. Ja, ne, aber ich habe dann ja noch einen Goldapfel gegessen, um mich noch mehr zu verwirren. So, ja, das habe ich noch... Wo brauchst du denn bitte alles? Ich verstehe dich nicht. Ja, im Wasser brauche ich das doch gar nicht. Ja, deswegen ja. Ja, richtig. Denkst du, ich gehe jetzt irgendwo in die Nähe von Wasser? Ja, das denke ich. Okay, dann gehe ich mal hier weg. Oh, da ist noch mein Wasser. Ja, das ist aber scheiße. Ja, das Problem ist, dass der Probiom auch biescher ist und hier hast du überall was er ist. Aber ich bin gerade sowieso anhand, also wenn du... Na gut. Hm, ach man, die Kiste hast du schon, ne? Das ist ärgerlich. Ach, kommst du? Okay, komm. Deins Bälle. Mann! Nochmal hier in die Kisten. Ah, danke für die Halttränketoppen. Ja, ich habe auch noch genug andere. Boah, ich habe sogar noch zwei Schnelligkeitstränke. Ah, das ist ja ziemlich stark. Ja, Tobi, du zieht mir kein Leben ab in dem Wasser hier. Komm rein, komm. Komm, in die Höhe des Löwen. Komm, komm. Peace, 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 peace. Peace, Bruder. Jetzt komm. Ja, warum sollte ich da reingehen? Ja, weil er gleich eh mit mir getäuscht ist und dann hier drin ist und ich die von außen angreifen kann. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Das ist unfair. Hast du auf? Oh, oh. Nein, wieso bin ich nicht gesprintet? Ich bin zu... Weiß ich, wollte auf Steuern drücken, aber war auf Shift gedreht. Das war nicht so klug. Ich kann mich eh die ganze Zeit zurückziehen. Genau wie du. Das macht keinen Sinn. Ich boh mich an die Überze... Oh. Ich wollte schon wieder mein Wasser einmal rausrecken, ne? Oh, ich dachte, ich hätte nur... Hä? Warum fließt das so behindert ab? Äh, weil da ein Abhang ist. Boah, schau mal, jetzt näherst du mich ab, ey. Hä? Ich wurde zurückgesetzt. Das ist unfair, ne? Das ist cheatant. And this world outside. Ja, boxt mich doch, Tobi. Lol. Ey, das ist cheatant. Das... Das zählt nicht. Alter, das zählt nicht. Ich wurde zurück... Leute, ich hab den Torben geklatscht. Als Heil. Herzlichen Glückwunsch, ich wurde zurückgesetzt, ey. Ja, ich weiß. Egal. Leute, ich hab trotzdem gewonnen. Das war die Rache für den geklauten Kill. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn euch das gefallen hat, lasst doch ein Like von Namula und ciao. Tschüss.